Musik Hallo, ich heiße Ozan. Ich bin in der Schweiz geboren und dort aufgewachsen. Ursprünglich bin ich aus der Türkei. Meine Eltern kommen aus einem anderen Planeten, natürlich. Hier, die Erde. Schöne Welt. Dann bekomme ich viele Inspirations. Und wenn ich großartig bin, wenn ich schöne Pläne sehe, dann habe ich gesagt, es gibt mehr als meine Stadt. Ich bin in der Stadt. Und ich beginne, zu reisen und zu erfüllen, neue Pläne. Ich bin in den letzten 10 Jahren mehr oder weniger in Mexiko, in einer Community. In einer internationalen Station. Für Art, Musik und Yoga. Woher in Mexiko? In Tulum. Tulum, ja. Das war ein Retreat Center. Und wir haben den Ort mit Tourismus gehalten. Und mit einem Teil der Menschen leben. Und das Ort war geschlossen. Und ich bin für ein neues Ort. Und ich bin hier in Koh Phangan. Ich finde diesen Ort hier. Und ich beginne, diese Bioconstruktion in meinem Garden. Und ich nehme den gleichen Konzept. Intergalaktische Kultur. Wow. Peace Garden. Multidimensional. Ich bin nicht Hindu-Legend. Oder etwas anderes. Ich bin mehr offen und frei. Time Traveller. Ich bin auf die Multiconscience-Level. Ich bin zu verstehen. Einführungszeichen. Kindes sind alle, allein als Leben. Ein Studierender und Ein Studierender. Ein Studierender. Ein Studierender. Ich bin einen Arbs bilder. Das wäre mein Art hier. Ich habe hier mit meinen Harps gebaut. Und das Tempel hast du auch gebaut? Das Tempel habe ich mit einem Architekt zusammengebaut. Und wir haben es sehr schnell gebaut. Es war überraschend schnell. Es war zwei Wochen. Aber wir arbeiten dort von morgens bis abends. Und es gab viele Monate für den Ort, den Raum zu bauen. Wow. Es ist wie ein Mongolian Gürt. Ja, es sieht ein bisschen wie ein Jürt. Aber es ist ein Geometrisi Tempel. Ein Geometrisi Tempel. Warum ist das? Es ist zwischen Jürt und Teppi. Es ist 6 Meter hoch. Jürt sind viel höher. Es ist ein bisschen magische Raum. Ich fühlte es, wenn ich es habe. Es ist großartig. Ich möchte es etwas großartig machen. Und dann, was ich mache, ich habe mehr Platz für meine Yoga. Ja. Und jetzt habe ich mehr Platz für die Leute, und ich habe mehr Platz für die Leute. Und ich habe mehr Platz für die Leute. Und die Zeit. Ja. Ich bin hier. Ja. Es gibt viele kreative Leute, wie Atmo kommen, und sie wollen etwas machen. Und ich sage, ja, ich kann es gehen. Wenn man es für frei macht, dann ist es für frei. Wenn man eine Donation macht, dann ist es fair genug. Du gibst mir ein bisschen. Ja. Ich versuche, die gute Energie zu halten. Okay. Jeder wird viel Erfahrung. Gut oder gut. Wie finde ich dich hier auf Koh Phangan? In Koh Phangan, ich bin hier. Ich habe eine office-hower zwischen 12 und 2. Und wie google ich dich? Gypsy Yoga. Gypsy Yoga. Okay. Then it pops up. Or Ozan Akdeniz. Ozan. Ozan. O-Z-A-N. Akdeniz. A-K-D-E-N-I-Z. A-K-D-E-N-I-Z. It's a complicated name. Ozan Akdeniz. Ozan Akdeniz. Yes. Okay. Okay. Thank you very much. Yeah, you're much welcome. Enjoy a lot. Phangan and everywhere. Good travels for you too. Yeah. Wow. What? And the super organic cups. Yeah. The coconuts from the beach. Wonderful. Yeah. Yeah. And you? How are you today? You see? Very good. Thank you. Good morning. Had an amazing Kirtan night. Yeah. Another day in paradise. Yeah. What did you do after the Kirtan? After Kirtan we're still here chatting around, drinking tea. Yeah. I saw some dancing. Not really, no. Just chatting around, listening to music. Okay. And I was so charged with the Kirtan, but I still had a quiet time. Okay. Thanks. Yeah. I've been shooting for him. Yes. Good morning. Here. I'm here. Yep. It's time to turn. When we're going to need it all. Rewb. Woo. Woo. Yes. unsu%. Thanks. Cheers. Inhmm. coffee. Hu-hoo-hu-hy-hu-h-ullen-s-aster. It's time to turn. Amen. 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 Amen.